Hallo ihr Lieben, ich melde mich auch mal wieder zu Wort, denn ich wollte mit euch ein kleines spontanes Unpacking machen, denn ich habe Post bekommen vom KISS Verlag. Der KISS Verlag ist noch ganz ganz frisch gegründet und gehört zum Rowold Verlag und der KISS Verlag hat mich gefragt, ob ich VIP-Blogger werden möchte. Der KISS Verlag ist der neue Verlag, wie gesagt, von Rowold und beschäftigt sich ausschließlich mit Liebesromanen. Und wer mich jetzt schon eine Weile guckt und kennt, der weiß, ich liebe Liebesromanen und ich liebe Liebesgeschichten. Und die erste Reihe, die der KISS Verlag rausbringt, ist die Redwood Love Reihe und ich habe mir durchgelesen, worum es da geht. Und ihr wisst, ich liebe die Green Mountain Serie, ihr wisst, ich liebe Diamonds for Love. Und genau nach sowas hat sich die Redwood Love Reihe angehört. Es geht um drei Brüder, die Tierärzte sind in einer kleinen Stadt, in einer kleinen Gemeinde. Und ich freue mich da schon sehr auf dieses Buch. Und ja, ich habe jetzt hier dieses Paket bekommen vom KISS Verlag und wollte das mit euch zusammen auspacken. Und ich habe gedacht, wir schauen jetzt zusammen da mal rein und ich mache so ein ganz spontanes Unpacking, da ja jetzt in nächster Zeit eh nicht so viele Videos kommen, auch wenn das jetzt hier nur ein kleines Paket ist. Und ja, ich freue mich mega und ich freue mich, euch das Buch zeigen zu können, denn das Buch kommt eigentlich erst im September raus. Und ja, ich freue mich, dass ich es dann jetzt vorab schon mitlesen darf. Ich bin so happy. Ich würde sagen, jetzt habe ich genug gequatscht und geredet und erzählt und ich packe einfach mal dieses Paket hier auf. Ich habe keine Ahnung, was da noch drin ist. Für ein Buch ist es irgendwie ein bisschen zu groß und ja, schauen wir einfach mal rein. Ich habe mein Messer dabei. Oh Gott, jetzt hier nichts kaputt machen. Okay, offen ist es. Oh, guckt mal. Meilo guckt auch schon. Und guckt mal, ist das nicht süß? Das ist ja voll mit Herzchen ausgestanzt. Das ist ja voll niedlich. Meilo guckt auch ganz interessiert. Seht ihr das? Ja, gell, ihr seht ihn hier. Da, Babydie? Wo bist du? Da bist du. Sag mal, hallo. Ja, ich hoffe, ihr seht nicht, dass ich noch nicht Staub gesaugt habe. Das muss ich nämlich dann heute noch tun. Aber ich wollte jetzt unbedingt dieses Paket auspacken, als ich es gesehen habe. Und ich bin so aufgeregt. Ich sehe auch nicht ganz so fresh aus, weil ich direkt von Arbeit gerade komme. Und ja, ihr verzeiht mir das sicherlich. Oh, guckt mal. Ist das süß. Wartet mal, hier ist Papier. Und unter dem Papier. Guckt mal, unter dem Papier. Oh, ist das schön. Das ist voll schön gemacht mit ganz viel Liebe. Oh, ich mag ja sowas. Geku ist immer gut. Und hier ist ein Brief. Hier steht drin, dass die Autorin bisher in ihrer Heimat veröffentlicht hat, aber da schon sehr, sehr viele Preise eingeheimst hat. Und ja, wie gesagt, Redwood Love erscheint am 18. September. Ich darf es euch ab dem 14. September dann vorstellen. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Wie gesagt, eine kleine Gemeinde, drei Brüder, die Tierärzte sind. Und ich freue mich da schon so mega drauf. Vor allen Dingen, finde ich, hat sich die Geschichte wirklich cool angehört. Denn es geht in diesem Buch um eine Frau. Ich habe ihren Namen leider gerade vergessen. Ich muss dann gleich nochmal nachgucken. Denn es geht in diesem Buch um eine Frau, die ihre Vergangenheit hinter sich lassen möchte. Und sie hat ein autistisches Kind. Und ich finde, das ist vom Ansatz her, ist das wirklich mal was anderes und mal was Interessantes. Und ja, deswegen freue ich mich schon sehr auf dieses Buch. Und Tierärzte sind cool. Ich habe einen Hund. Und deswegen, ich mag Geschichten mit Tierärzten. Und ja, auf jeden Fall ist hier ein total süßer Brief, wo hier auch so ein Herzchen dabei ist, noch mit drin. Und dann haben wir hier noch eine Karte. Haut mal. Auch voll schön. Gefällt mir auch voll gut. Und dann sind hier noch so voll viele süße Herzchen drin. Seht ihr das? Ja, ich glaube, ihr seht das. Und ja, finde ich auch voll cool. Jetzt stelle ich mal wieder rein. Und was ist hier noch drin? Andert mal, ich gebe hier so Papier. Da ist das Buch. Ach du Sch... Oh mein Gott! Er glaubt nicht, was da drin ist. Ach du heilige Sch... Ist das krass! Oh mein Gott! Leute! Ich bin gerade total sprachenlos. Ich bin gerade etwas geschockt im positiven Sinne, was hier drin ist. Ey Leute, ihr glaubt mir das nicht. Oh mein Gott! Was geht denn ab? Vielen, vielen, vielen Dank an den Verlag. Ich werde denen auf jeden Fall das hier schicken. Ich... Vielen Dank! Oh mein Gott! Das ist... Das ist so krass. Okay, jetzt habe ich aber genug hier gesagt, wie krass das ist. Ihr wollt ja auch wissen, was da drin ist. Und zwar ist hier zum einen eine Tasse drin mit dem Kiss-Logo. Da. Finde ich voll cool. Das ist so eine Emalientasse. Und hier ist Redwood Love drauf. Ich glaube, ihr seht anhand allein dieses Ausschnittes, wie die Geschichte sein wird. Und wie cool ist das denn? Ich wollte schon immer mal so eine Emalientasse haben. Ich finde das ja voll cool, wenn man so Camping und sowas macht. Da gibt es ja auch immer solche coolen Tassen. Und ja, voll cool! Dankeschön, ich freue mich sehr. Ich finde die echt richtig cool, diese Tasse. Und das ist jetzt aber nicht das, warum ich total sprachlos bin. Also ich finde die Tasse echt richtig cool. Aber deswegen habe ich gerade nicht diesen Schock erlitten. Dann haben wir hier noch ein Säckchen. Und in diesem Säckchen ist drinnen eine Fotoleine. Das ist ja cool. Oh, jetzt fallen hier schon die Klammern raus. Also hier ist so Strick und so kleine Klammern drin. Also die Leine muss ich dann mal zusammenbasteln. Auch voll süß. Und diese Fotoleine gehört dazu. Leute, wie krass ist das? Das ist eine Insta-Stacks-Kamera. Ich wollte so ein Ding schon immer haben. Aber ich habe die mir immer nicht gekauft, weil die so teuer sind. Gott, ist das krass, Leute. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Vielen, vielen Dank. Ich bin gerade echt, ich bin ja, ich bin gerade total sprachlos. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, 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 danke. Ich werde dann mit dem ganzen Kram nachher auf jeden Fall gleich ein schönes Instagram-Foto machen und posten. Aber das ist der Hammer. Leute, das ist der Oberhammer. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Also Verlag, vielen Dank. Das ist echt krass. Und what? Ich bin total sprachlos. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und hier ist noch so eine Packung mit Polaroids drin. Also heftig auf jeden Fall. Ich muss das dann nachher gleich erstmal ausprobieren. Ich bin geschockt. Den Schock meines Lebens im positiven Sinn. Vielen, vielen Dank. Das kann ich für die Hochzeit auf jeden Fall gut gebrauchen. Denn da will ich ja ganz viele Fotos machen. Und wenn man da so ein paar Fotos hat, die man dann so gleich ausdrucken kann und so. Das ist voll cool. Also kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank, lieber Verlag, für diese Wahnsinnsüberraschung. Also wirklich, das ist einfach mega. Vielen Dank. Habe ich dir bestimmt fünf Minuten erzählt, wie mega das ist. Und dann haben wir natürlich hier noch das Herzstück. Das Schätzchen. Und zwar Redwood Love von Kelly Moran. Ist dieses Cover nicht schön? Ich finde dieses Cover mal wunderschön. Schaut euch das an. Ich finde, das sieht so cool aus. Und das zeigt eindeutig, in was für eine Richtung diese Geschichte geht. Und ich finde das so nice. Ist sehr, sehr cool. Also wie gesagt, vorstellen darf ich es euch dann ab 14. September. Aber ich glaube, wenn die Kamera halten darf, ist es vorher schon ein Wahnsinn. Ich bin gerade immer noch total geschockt. Aber ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Und ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht. Redwood, ein malerisches kleines Städtchen in Oregon. Genau der richtige Ort für einen Neuanfang. Und den braucht Avery Stowe nach einer desaströsen Ehe dringend. Ebenso für sich wie für ihre autistische Tochter Hayley. Da gibt es nur ein Problem. Den attraktiven Tierarzt Kate O'Grady. Eine neue Beziehung ist das letzte, was Avery will. Sie ist sich nur nicht sicher, wie lange sie Kate widerstehen kann. Vor allem, da sich anscheinend der ganze Ort gegen sie verschworen hat und Amor spielt. Und ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ihr wisst, ich habe jetzt mit der Green Mountain Serie angefangen. Und das ist ja auch, was in Vermont spielt, in so einer ländlichen Gegend. Und ich finde ja diese Geschichte mega. Und ich denke, dass das so in die Richtung geht und mir auch sehr, sehr gut gefallen wird. Vielen, vielen Dank an den Verlag. Also, wow. Danke, danke, danke. Ich freue mich sehr. Ich freue mich dann auch schon auf den zweiten Teil. Ich habe da auch schon mal im Internet geguckt, worum es im zweiten Teil geht. Da geht es, wie gesagt, auch um einen Bruder. Und dieser Bruder ist auch etwas spezieller. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, auf die zweite Geschichte. Und ja, jetzt freue ich mich aber erst mal auf die erste. Und ja, werde euch dann, wie gesagt, wenn es soweit ist, berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Jetzt hole ich erst mal Luft und fahre mich erst mal runter und dann gucke ich, dass ich gleich ein schönes Foto machen kann. Vielen, vielen Dank an den Verlag. Ihr habt mir auf jeden Fall eine mega, mega große Freude gemacht. Das glaubt ihr gar nicht. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf das Buch und werde dann natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Und mehr gibt es an dieser Stelle auch nichts zu sagen. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.